Wir befinden uns hier am Feldtag Voraussehen am Stand der Agrarroboter und wir Studenten des Studiengangs Agrartechnologie und Digital Farming haben hier die neueste und innovativste Roboter-Technik im Agrarbereich für euch aufgestellt. Mein Name ist Peter Reganursche, ich bin Lektor beim FH-Studiengang Agrartechnologie und Digital Farming. Ich unterrichte das Fach Computational Intelligence und heute hier am Stand bei Voraussehen darf ich das Thema KI in der Landwirtschaft präsentieren. Wir stellen heute Roboter vor, angefangen vom Weinbauroboter, den Dionysus, der von Josephine Research entwickelt wurde und den Zwischenstockbereich von Weinreben ausmählen sollte, bis weiterhin zum Hackroboter, angefangen von einem Farndroid, der mittels GPS die Rübenpflanzen direkt aussehen kann und dann zwischen hineinhacken und der auch voll autark fährt mit Solar und dann weiter zu einem Roboter aus Deutschland, den Farming GT, der mittels Kamera und KI-Erkennung die Rübenpflanzeln einzeln erkennen kann und in den Zwischenbereich hineinhacken kann, bis hin zum Roboti, einem Trägerfahrzeug, wo man verschiedenste Treibunggeräte anbauen kann und gleich direkt anwenden kann, bis hin sogar zu einem Rasenmäherroboter, welcher autonom Rasen mähen kann, angefangen von Fußballplätze bis über Golfplätze, der mittels GPS eine Fahrspur plant und diese direkt abfährt. Musik 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 Mother Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020